Willkommen zur Postenaufteilung in Schleswig-Holstein. Hier machen die Fraktionschefs noch persönlich aus, wer Spitzenpositionen an den Top-Kontrollinstitutionen in unserem Land besetzen darf, am Landesverfassungsgericht, wer Präsident des Landesrechnungshofs besetzen darf, den Datenschutzbeauftragten und so weiter. So, auf die Plätze, fertig, los. Rainer, ich will den nächsten Landesrechnungshof Präsident werden. Gebt mir den Posten. Ich bin schon so lange Parteimitglied, ich hab mir das jetzt verdient. Aus, aus, das Spiel ist aus. Ah, eins, eins, das möchte ich haben. Hier, hier, präsidentisch. Ander vor Ort, wo ich schon die Datenschutz. Und ich bin der Präsident, ist das nicht so. Hier, die Präzispräsidentin. Hier, den kann sie behalten, den will ich nicht. Ich hab Rektor hier. Ja, ich hab Rektor hier. Also, das ist ja unglaublich, wie das hier zugeht. Da wird ohne jede öffentliche Ausschreibung einfach von den Parteien Posten untereinander aufgeteilt. Das geht ja gar nicht. Ich fordere, ausschreiben, ausschreiben, stopp die Postenschieberei. Schieberei, ausschreiben, ausschreiben, stopp die Posten. So geht das nicht. Sie schränken hier Persönlichkeitsrechte ein. Ich muss mich hier für den Landtag entschuldigen. Ich spreche ein Wort in die Augen und setze Ihnen ein Wort. Das ist ja unglaublich. Also, ich werde es nicht verklagen, Herr Präsident. Das geht ja gar nicht. Sie wollen mich mundtot machen. Ausschreiben, ausschreiben, stopp die Postenschieberei. Ausschreiben, ausschreiben, stopp die Postenschieberei. Ausschreiben, ausschreiben, stopp die Postenschieberei. Okay.